Jugendinnovativ ist Österreichs smartester Schulwettbewerb in den Kategorien Science, Engineering, ICT and Digital, Design, Entrepreneurship und Sustainability. Atemlos? Ganz und gar nicht. Vier Maturanten der HTL Rennweg entwickelten für die Freiwillige Feuerwehr eine digitale Überwachung der Atemschutzgeräte. Diese soll bei Rettungseinsätzen für mehr Schutz und Sicherheit sorgen. Die ersten Prototypen sind schon im Einsatz. Wir greifen beim Atemschutzträger wichtige Daten wie den Restdruck seiner Atemflasche, die Umgebungstemperatur und ob sich der Feuerwehrmann noch bewegt.